WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich denke, hier ist wirklich eine Selektion von High Flyers. Die Leute, die du hier kennst, sind eigentlich die Entscheidungsmacher. Sie sind eigentlich die Leute, die am Helm der eigenen Agenda sind. Das ganze Event, die ganzen Leute und die Location ist natürlich superschön. Ich glaube, das ist eine ganz andere Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern als vor 20, 30, 40 Jahren. Es ist schön, sich auszutauschen. Es ist schön, auch zu hören, welche Herausforderungen jeder hat. Was nützt es mir, wenn ich 100 wäre, aber ich bin ans Bett gefesselt? Mountain Partners ist unig in der Weise, dass es diese Freundschaft, diese Relation. Ich hatte ein Abendessen mit der meisten interessanten Leute, die ich seit langem kennengelernt habe. Es ist eine Freude auf Freude, hier in Deutschland, am Herzen der Europäischen Union zu sein. Wenn man sich nicht beschäftigt mit der Politik, dann irgendwann klopft die Politik an deine Tür. Und für das Frieden wie im Boxring. Man muss kämpfen. Das finde ich grundsätzlich wichtig, dass es so eine Plattform gibt, wo man seine Idee vorstellen kann. Und die Welt wird von Ideen verändert. Insofern ist es eine tolle Veranstaltung. Tolle Redner. Sehr, sehr viele Aspekte. Von den Werten der Zukunft über wirklich die klassischen Wirtschaftsfragen, wie geht es weiter. Das ist im Grunde eine Art bayerisches Davos, wo wirklich viele Kontakte geknüpft werden. Und ich bin auch sehr beeindruckt von der Vernetzung der Veranstalter. Ich finde, dass hier Leute zusammenkommen und das ist das eigentlich Positive, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Jedes Mal, wenn sie noch eine neue Million brauchen, dann haben sie gesagt, jetzt mache ich nochmal einen Picasso oder so. Jaja, genau. Ich glaube, wir haben eine riesen Verantwortung, die Zukunft eben nachhaltig und langlebig zu bauen. Unternehmer heisst, die Welt aktiv mitgestalten. In irgendeiner Form. Und zwar positiv natürlich. Es ist nicht dieses übliche, ernste Wirtschaftsgespräch, sondern es ist eher spielerisch, lustig und trotzdem sehr informativ. Es gibt mir zwei Dinge. Einer, einen sehr starken Sinn der Grund. Und zweitens, ich fühle mich einen sehr tiefen Sinn der Satisfaction. Manchmal muss man einen Schritt gehen, der einen scheinbar kleinen Nachteil bringt, dann aber später einen großen Vorteil. Beteiligen Sie sich, beteiligen wir uns wieder an der Diskussion um die zentralen politischen Themen unserer Zeit. Ich sehe den Risiken, aber ich glaube, wir sind eine Generation, die sich vor Risiken befinden und versuchen, eine neue Hoffnung zu bauen. Ich finde, dass der Unternehmertag eine ganz wesentliche Rolle spielt, insbesondere weil hier eine so große Breite an Themen diskutiert wird. Hier ist das Tempo höher. Das Denken folgt einer anderen Geschwindigkeit. Du hast Spaß, du hast Business, du hast einen intellektuellen Impact. Also alles in allem ist es eine wunderbare Kombination. Hier ist eine unglaubliche Vibration. Das hat ganz viel mit der Location natürlich auch zu tun, mit der unglaublichen Crowd, die hier auch zusammenfindet. Aber in diesem Jahr ist es fast so was wie ein, ich weiß nicht, ein Klassentreffen nach zehn Jahren das erste Mal wieder und alle sind ganz aufgeregt. Die Gespräche in den Korridoren, die in-betweenen Dinge, die Reflexion mit dem Publikum über was der Sprecher sagt. Das ist so interessant als die Sprecher selbst, ich denke. So, alle sind eine Star hier. Die Schw interessantimizi ... ... ... Vielen Dank.